also willkommen an alle ich freue mich dass ihr alle da seid wir machen heute karma yoga im vinyasa flow und es wird heute um unser herz gehen unser herzraum und für heute braucht ihr eigentlich nicht unbedingt etwas ihr könnt euch wie immer ein kissen oder ein block zur verfügung stellen müsst ihr aber nicht wenn ihr das nicht da habt und ich würde sagen wir legen los ihr könnt erst mal in einen sitz kommen vielleicht auch ein kissen wenn ihr sowas habt oder auf eine decke und dann findet einen bequemen sitz ist ein bisschen das fleisch unter den sitzöckern wegziehen dass sie richtig schön geerdet ist so den kontakt spürst mit dem boden und dann atmet einmal ein macht die wirbelsäule ganz lang zieht ich nach oben und beim ausatmen was die schultern absinken finde hier einen schönen geraden sitz und dann kannst du die hände auf deine oberschenkel oder auf deine knie bringen und dann entweder deinen blick senken oder deine augen schließen je nachdem was du möchtest dass dir was du heute in welcher stimmung du heute bist und dann erzähle ich euch erstmal ganz kurz ein bisschen was während du jetzt hier ruhe findest bleib lang in der wirbelsäule und atme einfach ganz ruhig weiter also erst mal kammer das ist kammer kammer ist zum einen die handlung und auch das schicksals habt ihr vielleicht schon auf der webseite gelesen also selbstloses dienen und das vertrauen zu deinem höheren bewusstsein das ist dann kammer yoga kammer yoga kann man so sehen dass man zum einen gutes tut für andere und dann eben auch eventuell gutes zurückbekommt aber nicht das als notwendigkeit betrachtet sondern dich zu deinem höheren bewusstsein verbinden und das aus selbstlosigkeit gutes tun für dich und andere und zum anderen dass du alles was alles was im leben passiert dein schicksal dass du das als chance sie das hin nimmst und damit eben arbeitest und da kommen wir gleich dazu ich denke dass viele oft sich oft vielleicht denken ja wieso wieso passiert mir wieso passiert mir das oder wieso ich wieso wieso bin ich jetzt in dieser situation oder vor allem vielleicht auch mit der korona krise jetzt in verbindung wieso muss ich da jetzt gerade durchgehen und oft vergleicht man sich dann auch mit anderen oder ist vielleicht auch irgendwo manchmal eifersüchtig oder kann es einfach nicht verstehen wieso man jetzt quasi immer für etwas gerade stehen muss wurde direkt vielleicht denkt dass es nicht verdient hättest das problem ist oder nicht das problem aber das ding ist dass es nicht du was das problem ist oder was die dinge verdient hat sondern alles ist eine aufgabe eine challenge durch die du durch arbeiten musst und wo du vertrauen finden solltest dass du immer auf dem richtigen weg bist also die passiert nichts aus rache oder aus schicksal weil du jetzt ein schlechtes schicksal hast sondern du bist immer auf dem richtigen weg du lernst durch deine erfahrungen lernst durch dinge die passieren und deswegen vielleicht heute das mantra für die stunde ich bin auf dem richtigen weg und spüre liebe für mich und andere also dass du auch nicht sage ich mal andere dafür verurteilt oder eifersüchtig bist wenn anderen etwas besser passiert sondern du spürst liebe für dich und andere atme ein ich bin auf dem richtigen weg und atme aus und spüre liebe für mich und andere einatmen sagt ihr das mantra vielleicht in einem kopf ich bin auf dem richtigen weg und spüre liebe für mich und andere noch mal einatmen ich bin auf dem richtigen weg und spüre liebe für mich und andere sehr gut und wir atmen jetzt noch mal gemeinsam drei mal ein und aus und bei dem ausatmen öffne deinen mund und lass dir einmal alles raus einatmen und ausatmen noch mal einatmen und ausatmen lasse die anspannung los so ein enge gefühl in der brust oder so ein unwohlsein einfach versuchen hier dich zu befreien von dem noch mal einatmen und dann noch mal ausatmen sehr gut ab sofort sind unsere lippen verschlossen wenn du willst kannst du jetzt die händflächen nach oben drehen und deinen daumen und zeigefinger zusammenbringen und dann kommen erst mal ganz kurz noch mal hier an vielleicht habe ich dich jetzt habe ich jetzt ein bisschen hier gerührt im topf vielleicht denkst du jetzt gerade an irgendwas bestimmtes werde dir ganz kurz dem bewusst und dann komm an bei dir und dann habe ich euch ja gerade schon gesagt dass es heute unser herz chakra geht auch genanntes anahata chakra und das befindet sich in der mitte unserer brust und es steht für bedingungslose liebe freiheit offenheit und ausdehnung du kannst weiterhin das mantra wiederholen in deinem kopf hat mir jetzt aber in die brust hinein und vielleicht kannst du jetzt ein grünes licht vorstellen gelegen bei deinem brustbein und lass es hier einfach zu öffne dich die Vielen Dank. Und dann komm jetzt nochmal in fünf letzte tiefe Atemzüge. Einatmen in den Herzraum, öffne dich, lass dieses grüne Licht sich noch weiter ausdehnen. Und bei der Ausatmung, Liebe für dich und andere. Sehr gut. Gut. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Hände in dein Namaste vor deine Brust bringen. Und vielleicht für heute deinen Daumen, deine beiden Daumen an dein Brustbein bringen, sodass du hier den Kontakt vielleicht zu deinem Herzschlag spürst, zu deinem Herzen. Und dann wollen wir gemeinsam einatmen zu dreimal Om. Du kannst gerne noch kurz die Augen geschlossen lassen. Atme gemeinsam ein. Amm. 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 Sehr schön. press deine daumen nochmal gegen dein brustbein und spürt diese schwingung von dem om nach in deinem körper bringe deine daumen zu deinem dritten auge zwischen deiner stirn senkt den kopf ein wenig und dann machte ich jetzt gedanklich bereit auf die physische yoga praxis öffne deine augen und nach vorne bringen die hände neben den körper sehr gut okay kannst du das kissen unter dir oder deine decke entfernen und erst mal bringt vielleicht deine beine ganz kurz vor dich und wir schütteln einmal kurz aus für diejenigen denen das sitzen dann auch ein bisschen schwer fällt vielleicht einmal kurz auch ein bisschen die zehn fußgelenke und dann kommen wir aber noch mal in einen sitz kann man einen schneider zu kassen und dann bringt es deine hände zu deinen knien wir starten heute ganz ganz flowy bringen die hände zu den knien streckt die ellenbogen durch und runde mach einmal den runden rücken bringen die den kind zu den brust und dann kommen hier in kreise mit dem oberkörper kannst du einfach ganz frei sich bewegen vielleicht schließt du noch mal die augen und fühlst hier rein es muss ja nicht irgendwie besonders ausschauen oder irgendwie besonders einfach intuitiver dich durch die seiten strecken vielleicht willst du den nacken auch so ein bisschen mitnehmen wenn du nach vorne gehst nach hinten bringen dann wenn du hinten bist runde nacken und dann einmal ein richtungswechsel öffnen heute ganz viel durch die schultern öffnen den herz raum und dann kommen dann letzte runde und dann kommen wieder zum stillstand sehr gut dass sie sich schon ein bisschen warm fühlen hier bringen hände neben dein körper verbinden jetzt die bewegung mit dem ab mit dem atem atmen einem die hände über die seiten nach oben und dann ausatmen bringen die hände über namaste über die mitte wieder nach unten energie bis in die fingerspitzen hinein einatmen arme über die seiten nach oben macht dich ganz lang streck dich hände nach oben ausatmen hände über die mitte nach unten noch dreimal einatmen und ausatmen wenn du vertraut bist mit dem ujjayi atem kannst du jetzt hier zum einsatz bringen und vielleicht auch mitnehmen über die ganze stunde und wenn nicht dann achte einfach darauf dass du hauptsächlich aus es geht nicht anders letztes mal durch den durch die nase ein und ausatmen ist und hände neben den körper und dann streckt die füße aus und schwingen die knie nach hinten wir kommen in den vier fuß stand bringt eine handgelenke unter den schultern und deine knie unter deine hüften presse in die fingerspitzen hinein und schultern weg von den ohren nabelrichtung wirbelsäule bei der einatmung lass die bauchdecke absinken schauen nach vorne hebt ein steißbein nach oben schultern pressen weg von den ohren ausatmen runter rücken in die katze kind zur brust press auch hier in die hände hinein sehr schön einatmen schauen nach vorne und ausatmen und ausatmen und ausatmen letzte runde einatmen und ausatmen sehr gut und von hier schau jetzt nach hinten presse deine bringen deine beiden großen zehn zusammen knie öffnen sich matten weit und dann setzt sich zurück auf die fersen in die haltung des kindes dein oberkörper schmilzt zum boden hin und press hier deine brust in die martin ein öffnen hier im herzraum dein steißbein presst in richtung fersen gleichzeitig ziehen die fingerspitzen nach vorne also du bist ja trotzdem voller energie aktiv im körper du möchtest kannst du auf die fingerspitzen auf die fingerkuppen kommen wenn du hier noch eine tiefere dehnung möchtest in den seiten und in den armen stehen es flach zum boden dann atme hier einmal rein jetzt hast wahrscheinlich nicht so viel platz in deiner brust schau hier wie du dich vielleicht ausdehnen kannst atme in die seiten hinein öffne den lacht bei deine einatmung merke hier wie du raum einnimmst wie du diesen raum für dich beanspruchs und kam jetzt in der letzte runde atem und dann ist jetzt in deine handflächen bei der nächsten einatmung schau nach vorne und kommen nach oben bringt die knie wieder zusammen und öffne deine fersen so ein bisschen bringen die großen zehn zusammen setzt sich zurück willkommen kurz in den fersensitz sehr gut hände kannst entweder auf deine brust bringen oder auf den oberschenkeln lassen schau hier ganz kurz wie du dich fühlst vielleicht ist jetzt schon ein bisschen warm wenn du wirklich jetzt aktiv warst in der haltung des kindes und dann letztes mal atmen und dann kommen wir unseren ersten großen rücken öffnen für heute in die hände nach vorne öffnet die knie wieder hüft breit und bringt mir vielleicht ein bisschen zurück hände eventuell ein bisschen nach vorne und dann bleib jetzt hier gehoben in den hüften aber du bringst jetzt ähnlich wie eine haltung des kindes deine brust zur matte und öffnet sich hier im oberen rücken eine tiefe dehnung hier arbeite mit deinem atem wenn das für dich zu viel ist dann drück bitte nicht nicht so weit runter wie es nun geht sondern bleibt da wo es für dich angenehm sich anfühlt wo du atmen kannst hier im welten tiefe dehnung und dann kommen dann der letzten runden atem beim nächsten mal einatmen pass die hände in den boden und komm jetzt auf deine unterarme also auf deine ellenbogen hier lehne dich nach vorne und entweder kannst du die hände zusammenbringen oder du lässt die hände parallel zu den ellenbogen kommentieren unterarm plänk drückt die füße nach hinten und stell die zehn auf deine schultern sind über deinen ellenbogen dein rücken ist flach du arbeitest dir aus dem rumpf heraus presst den bauchnabel in richtung wirbelsäule und wir halten für fünf vier drei zwei eins sehr schön bringt die knie zum boden und wir lehnen uns doch mal zurück jetzt in den hasen knie eng und du bringst deinen oberkörper auf deine oberschenkel sehr schön hände neben dem körper vielleicht kommst du hier in kreise mit den handgelenken und bei der nächsten einatmen wenn die hände wieder nach vorne und kommen noch mal in den unterarm plänk platz hier noch mal die ellenbogen stell die zehn auf und findet hier noch mal deine stärke vielleicht geht es schon ein bisschen besser als davor wir sind wieder hier für fünf vier drei zwei eins sehr gut und wenn es jetzt geht dann drückt ich mit deinen händen nach oben in einen tonplank wenn es nicht geht dann kommt auf eine andere weise hierher und einatmen ausatmen schiebt dein becken nach oben wir kommen in den herabschauenden hund beugt die knie erst mal und dann kannst du auf der stelle laufen drückt ein knie nach dem anderen durch hebt deine hüften nach oben steigt ein in die luft wir pressen die schulterblätter zueinander und rotieren unseren unsere ellenbogen falte nach vorne gleichzeitig streckst den rippenbogen nicht raus und bleibst hier gerade also rumpf bleibt aktiv und dann wollte vielleicht jetzt einmal die knie und schieb deine hüften noch ein bisschen weiter nach oben so dass du diese länge findest im rücken und dann wenn du diese foundation die hast kannst du vielleicht langsam die knie ausstrecken und dann versuchen die fersen zur matte zu bringen leichte innere rotation mit deinen zehen also bringen die großen zehn leicht zueinander fersen sind geöffnet und dann bleibt noch hier für ein paar weitere atemzüge letztes mal und bei der nächsten einatmung kommen auf die zehenspitzen lehne ich nach vorne bekommen in plank und ausatmen kommen nach unten auf deine weise vielleicht bringst du die knie zum boden und dann fleisch mit dem bauch zur matte sehr gut ablegen könnte die ellenbogen einmal nach außen rotieren bringt vielleicht kurz die stirn oder das kind auf die hände und finde hier erstmal deine position in die fersen zusammen und press dein schambein in die matte kannst du schon mal ein bisschen hier spielen wie sich das anfühlt und dann kannst du die ellenbogen wieder zurück rotieren und dann bei der nächsten einatmung kommen nach oben wir schieben jetzt die ellenbogen nach vorne erstmal hier falls du das schon zu viel ist komm bleib mit den händen unter den schultern und drück dich hier leicht nach oben baby cobra ansonsten in die sphinx und wir sind hier offen mit den schultern also schultern ziehen wir nicht zu den ohren hoch sondern komm hier nach oben press die fersen zusammen pro aktiv schambein press in die matte sehr gut einatmen schau jetzt über deine rechte schulter und spüre die dehnung im unteren rücken und ausatmen wieder nach vorne einatmen schau über die linke schulter und ausatmen wieder nach vorne sehr gut und wenn das jetzt hier schon sehr tief für dich ist dann bleib hier aber wenn du jetzt noch mehr möchtest beug dein rechtes bein und dann finde hier diese stabilität im linken ellenbogen so dass du die rechte hand heben kannst und vielleicht nach deinem knöchel greifen kannst und dann kick den rechten fuß nach hinten öffne dich hier in der rechten schulter linker unterer rücken arbeitet jetzt hier hat man nicht vergessen einatmen und dann ausatmen löse dich langsam in die rechte hand zum boden rechter fuß wieder flach linke seite einatmen linker fuß gebeugt und dann greift mit der linken hand nach dem fußrücken ausatmen kick nach hinten öffentlich hier in der schulter und bleibt bei deinem atem einatmen und ausatmen löse dich langsam sehr gut kommen noch mal hier flach drehe die ellenbogen wieder nach vorne und spür ganz kurz nachher in den unteren drucken hinein und dann von hier bringen die hände wieder unter die schultern rotier die ellenbogen zurück und stell die zehn auf presse dich jetzt auf deine weise in den plank vielleicht schaffst du es direkt von hier dich flach nach oben zu pressen oder du musst erst mal so ein bisschen vielleicht über die knie kommen eine weise ist völlig in ordnung und dann ausatmen schiebt nochmals becken rauf in den herabschauenden hund sehr gut atme ein und lauf dich jetzt mit kleinen tippel schritten nach vorne zu deinen händen zu beginn der matte und dann von hier beugt einmal die knie kommen eine vorbeuge um der rücken machen ist ganz locker und erde jetzt hier dein steißbein roll dich auf in die berghaltung beine sind aktiv wirbel für wirbel bist du hier angelangt ist sehr schön von hier wir atmen einheben jetzt unsere arme und ausatmen ich stelle mich mal ganz kurz so hin dass ihr das seht ausatmen komm jetzt hier in kaktus arm heißt ellenbogen sind in einem rechten winkel bringt deine daumen nach vorne kleine finger nach hinten und öffne dich hier in der brust in den schultern einatmen ausatmen verschränkt die hände hinter dem rücken und lehne ich nach vorne vorbeuge und lass die hände nach hinten kippen sehr gut dann löse die hände einatmen arme nach oben ausatmen kaktus öffnen hier vielleicht in der kleinen rückwärts beuge die brust einatmen hände verschließen ausatmen lehn dich nach vorne vorbeuge sehr schön einatmen beugt die knie hebt die arme wieder nach oben ausatmen kaktus einatmen verschränken ausatmen lehn dich nach vorne letzte runde einatmen arme nach oben und ausatmen nach oben und ausatmen kaktus einatmen hände hinter dem rücken ausatmen nach unten und von hier bleibt in der vorbeuge löst aber die hände hinterm rücken und kommen mit den händen zum boden und hier bringt meine hüften deine füße matten weit und dann greift nach deinen gegenüberliegenden ellenbogen lasst den nacken ganz locker beugt die knie und schwingen von rechts nach links habe hier gerne die knie ein wenig mehr gebeugt und dann schüttel auch einmal den kopf einmal ja und einmal nein mit dem kopf und dann kannst du deine hände ein bisschen vor deinen füßen platzieren und dann bewegt deine zehen und fersen abwechselnd in richtung außenkante der matte so dass die zehn so ein bisschen hier außerhalb der matte sind die fern vielleicht noch auf der matte und kannst du dich jetzt versuchen zurückzusetzen hier in den yogi squat vielleicht heben sich dabei deine fersen vom boden das ist kein problem vielleicht schaffst du es die fersen auf den boden zu bringen und entweder wenn es jetzt die tief genug ist komm mit den händen nach vorne und schau dir einfach dass du in die innenseiten reinkommst ansonsten kannst du versuchen dich aufzurichten dann steißbein nach unten zu bringen deine vorderseite nach oben zu bringen und dann vielleicht ein namaste vor die brust und drückt mit den ellenbogen an deine knie presse die pohbacken auseinander und schau nach vorne schaff dir diesen raum in der brust also keine eingefallene brust selbst wenn du hier bist versuchte ich hier aufzurichten bringen die brust nach vorne öffne dich und kommen hier ganz kurz rein in die hüften also hier kannst du dir vorstellen die hinterseite erdet sich die vorderseite zieht nach oben und noch ein weiterer atemzug und dann löse die hände bringen die fingerspitzen wieder nach vorne und dann presse dich nach oben wieder in einer vorbeuge bringen abwechselnd zehn und fersen wieder hüftbreit zueinander und von hier heute das noch mal auf in die berghaltung und dann einmal ausschütteln jetzt an dieser stelle die staaten in einige runden sonnengruß wenn du möchtest kannst du kurz was trinken und ich sage gleich mal vorab heute hast du die möglichkeit je nach deinem level die stunde zu gestalten also ich gebe dir die option um die stunde zu modifizieren aber wenn du schon bescheid weiß oder sag ich mal schon ein bisschen fortgeschritten bist kannst du natürlich auch die fortgeschrittenere variante machen das kannst du selber für dich entscheiden je nachdem was was du heute für den tag hast oder an welchem level du bist und dann kommen jetzt zu beginn deiner matte bringen die füße zusammen oder breit geöffnet je nachdem es kannst du dir aussuchen und dann bringen einmal die hände in der namaste vor die brust schließt die augen und aktiviert sie noch mal den ganzen körper von den zehenspitzen bis hin zu den fingerspitzen aktive die muskeln und lasst die energie durch den körper fließen wir atmen gemeinsam ein und dann wieder aus mit die augen einatmen arme über die seite nach oben macht dich langsam nach oben ausatmen in die vorbeuge abtauchen rücken locker knie gebeugt einer halbe vorbeuge streckt die knie lange rücken schau nach vorne wir bringen auch hier die schultern nach hinten also öffne dich auch hier in der brust bringt die hände entweder zu den schienbeinen in der luft oder zum boden ausatmen kommen wieder nach unten platziert die hände und dann steigen wir ein fuß nach dem anderen in den plank einatmen lehn dich auf seine zehenspitzen und ausatmen chaturanga dann das entweder mit den knien abgesetzt oder du kommst direkt über den plank nach unten sehr gut einatmen kleine kobra hände unter die schultern ellenbogen nach hinten ausatmen kommen wieder zum boden einatmen platziert die zehen stell die zehen auf ausatmen presse dich über die haltung des kindes in den herabschauenden hund sehr schön einatmen wir heben das rechte bein für den dreiweinigen hund hüfte geschlossen zehn geflext ausatmen bringen das rechte knie nach vorne streckt die zehen und wir halten für einen atemzug ausatmen platzieren platziert den fuß zwischen den händen bringt dann das recht das linke knie zum boden linker fuß flach einatmen hebt die arme nach oben und spannen die innenseiten an also lass nicht nach außen auf kippen in den seiten angespannt du ziehst nach oben ausatmen sowie gerade eben kaktus bring daumen nach hinten kleinen finger nach vorne öffne kleine rückwärtsbeuge öffnen durch den brustraum einatmen wieder nach oben rücken gerade ausatmen hände nach vorne sehr gut einatmen stell die linken zehn auf linker fuß hebt sich ausatmen pressen die linke hand hinein hebt die rechte hand nach oben für einen twist schau zu deinem rechten daumen beine sind aktiv linke bohbacke angespannt einatmen rechte hand wieder nach unten ausatmen rechter fuß zum linken einatmen lehne ich nach vorne ausatmen chaturanga dann das danach entweder über die knie oder direkt einatmen cobra ausatmen wieder nach unten einatmen stellt die zehn auf und ausatmen sogar du kannst dich jetzt wie vorher eben auch direkt in plank pressen und dann in der herabschauenden hund oder du kommst über die haltung des kindes in den herabschauenden hund sehr gut das war ein ein flow einatmen wir heben das linke bein dreiweiniger hund hüfte geschlossen ausatmen linker fuß nach vorne halten einatmen platzieren ausatmen rechtes knie zum boden rechter fuß einatmen bringen die arme nach oben presse die beine in den seiten zusammen ausatmen kaktus öffne die ellenbogen öffne die brust einatmen wieder nach oben ausatmen hände nach vorne sehr schön einatmen stellt die rechten zehn auf hebt das rechte knie einatmen linker arm kommt nach oben twist rechte bohbacke angespannt ausatmen bringen die linke hand wieder nach unten einatmen linker fuß zum rechten ausatmen lehn dich nach vorne chaturanga dann das wenn du vertraut bist mit einem aufschauenden hund kannst die aufschauender hund praktizieren ansonsten kommst du in die cobra wieder nach unten plank und dann herabschauender hund einatmend schau nach vorne ausatmen beugt die knie und großer schritt zu deinen händen sehr schön einatmen halbe vorbeuge langer rücken ausatmen ganze vorbeuge einnahmen an über die seite nach oben und ausatmen namaste wird eine mitte sehr schön einatmen arme heben ausatmen vorbeuge einatmen halbe vorbeuge langer rücken ausatmen platziert die hände und großer schritt in die schiefe ebene einatmen lehne ich nach vorne ausatmen chaturanga dann das vielleicht versuchst jetzt hier mit den ellenbogen ganz nah beim körper nach unten zu kommen einer kobe aufschauender hund ellbogen auch hier sind nah beim körper schultern pressen nach unten schauen nach vorne press die pro backen zusammen und ausatmen wieder nach unten einatmen stelle die zehn auf ausatmen plank und herabschauender hund einatmen heb dein rechtes bein nach oben ausatmen rechtes knie nach vorne einatmen wir halten noch mal stärken den rumpf ausatmen platziert den rechten fuß zwischen deinen händen achten jetzt unser linkes knie bleibt gehoben einatmen finde erst mal die stabilität also presse in den rechten fuß hinein und spann die innenseiten an du kannst auf deine fingerkuppen kommen um dich dann bei deiner nächsten einatmung nach oben zu begeben in den großen ausfall schritt tiefen ausfall schritt sorry vielleicht einmal den knie schiebt die hüften nach vorne und für diesen stretch in dem hüft flexor in dem hüftstrecker und dann kannst du dein hinteres knie ausstrecken einatmen und ausatmen bring auch hier die kack den kaktus mit ins in die praxis und vielleicht kannst du dich jetzt noch ein bisschen weiter öffnen und stabilität finden einatmen bring die arme wieder nach oben und dann ausatmen bring jetzt die den linken arm nach vorne den rechten arm nach hinten für einen twist sehr gut findet sie diese stabilität aus dem rumf heraus und jetzt ist es dankbar wenn man wirklich die innenseiten der oberschenkel anspann und die beine hier stabil sind weil dadurch findest du deine stabilität einatmen und dann ausatmen bring jetzt die rechte hand auf die hinterseite und bring den linken arm nach oben gedreht der friedliche krieger balance hier finden einatmen ausatmen windmühlen arme zuerst links dann rechts wieder nach unten einatmen rechter fuß zum linken ausatmen wenn du nicht mehr kannst komm einfach gleich in den herabschauenden und ansonsten kannst du durch einen flow gehen einatmen lehne dich nach vorne ausatmen chaturanga dandasana einatmen cobra oder aufschauender hund ausatmen komm nach unten fest sich in den plank herabschauender hund sehr schön linke seite einatmen hieb das linke bein drei bein gerund ausatmen linkes knie nach vorne einatmen halten ausatmen platziere den linken fuß zwischen den händen finde hier deine frauen welchen in den beinen kommen auf die fingerspitzen einatmen hebt die arme nach oben ausatmen kaktus bring die ellenbogen zur seite öffne dich schieb auch hier die hüfte nach vorne so dass du hier schön im center bist herz über deiner brust und brust über deiner hüfte einatmen arme wieder ausgestreckt und ausatmen kommenden twist rechte hand nach vorne linke hand nach hinten vielleicht schaffst du es jetzt hinter zu den linken daumen zu schauen eine aktiv einatmen ausatmen gedreht der krieger bringen die hand zum oberschenkel rechte hand nach oben einatmen ausatmen windmühlen arme eine hand nach der anderen zum boden einatmen rechter fuß zum linken ausatmen lehne dich nach vorne chaturanga bandasana einatmen cobra oder aufschauender hund ausatmen wieder nach unten einatmen stell die zehen auf ausatmen drück dich über den plank oder die haltung des kindes in den herabschauenden hund sehr gut und jetzt hier bauen wir ganz kurz was ein und zwar kommen jetzt in den delphin also vielleicht kommst du erstmal kurz nach unten und bringst die kommst kurz in den hasen bringst die knie eng zusammen oberkörper über die oberschenkel und dann vielleicht mal ganz kurz eine faust mit deinen händen und das ist sowieso das ist immer so ein bisschen so eine natürliche bewegung das macht man vielleicht sogar schon automatisch aber wenn nicht dann mache ich jetzt hier eine faust dann strecke wieder die finger auf wir kommen in den delphin dafür ähnlich wie am anfang presse die hände in die matte dass die unterarme in die matte lehne dich nach vorne und dann hier ist es optional du kannst aber die hände eng zusammen bringen oder geöffnet lassen so eng wie so weit wie die ellenbogen quasi je nachdem und dann press jetzt hier in die zehen hinein schiebt die hüfte nach oben wie bei einem herabschauenden nur auf den unterarmen quasi lass dir gerne die knie gebeugt hebt die hüften nach oben und finde hier diese stärke in den schultern rücken sollte jetzt gut aufgewärmt sein sollte schon relativ offen sein und dann kannst du vielleicht versuchen deine hüften ein bisschen höher über die schultern zu bringen also spiel hier vielleicht ein bisschen wenig nach vorne lehnt sich zurück was sich gut einfühlt und dann atme ein ausatmen kommen wieder nach unten in den hasen kurz pause und dann komm noch einmal in den delphin platziere wieder deine hände in die gewünschte position ellenbogen sind schulter weit geöffnet und dann lehne dich nach vorne stell die zehen auf und press dich nach oben gerne die knie beugen einatmen und ausatmen einatmen und ausatmen kommen wieder nach unten und nochmal in den hasen bringen die knie eng zusammen und dann wenn du möchtest die hände neben den körper jetzt entlastet die schultern lasst die schulter nach vorne fallen stirnflach zu matteln vielleicht möchtest du nach den füßen greifen und die dich ein bisschen festhalten so dass du noch enger zusammen bist also noch enger komprimiert ist wie so ein ball quasi und dann macht dich langsam bereit für unsere letzte runde wie gesagt du hast immer die option direkt in den herabschauenden hund zu kommen oder in die haltung des kindes zu kommen wenn du das gefühl hast du kannst nicht mehr oder das tut dir heute nicht gut yoga ist kein wettbewerb auch nicht mit dir selber du musst du nichts beweisen er im gegenteil machst das was du kannst was dein körper zulässt und übersteigert es nicht bringt die arme nach vorne und dann presse dich noch mal in einen herabschauenden hund einatmen schau nach vorne beugt die knie ausatmen steig nach vorne zu deinen händen einatmen halbe vorbeuge ausatmen ganze vorbeuge platziere die hände und großer schritt in die in den plänk in die schiefe ebene einatmen lehn dich nach vorne ausatmen absetzen chaturanga dandasana einatmen kobra oder aufschauender hund ausatmen herabschauender und so einatmen rechtes bein nach oben drei beiniger hund ausatmen bringen das rechte knie nach vorne einatmen einatmen platzieren ausatmen macht dich bereit aktiviert die bein einatmen hebt die arme nach oben ausatmen kaktus öffne die brust bringen die daumen nach vorne kleinen finger nach hinten so dass sie die dehnung spürst einatmen kommen wieder nach oben ausatmen platziere jetzt die beine und streckt den platziert die finger und streckt das vordere knie hier eine weite pyramide ich kann es versuchen die hintere ferse zum boden zu bringen oder du arbeitest daran das vordere knie durchzustrecken einatmen beugt das rechte knie wieder hebt die arme nach oben ausatmen arme nach unten platziert die linke hand einatmen rechte arm öffnet sich in den twist und ausatmen achtung jetzt müssen wir hier alles anwenden was wir gerade so gespielt durchgemacht haben seine aktiv und wir kommen direkt von hier in den twist sehr schön einatmen ausatmen friedlicher krieger linke hand nach oben wunderbar einatmen ausatmen windmühlen arme kommen nach unten rechter fuß zum linken ausatmen wenn ich nach vorne nach vorne einatmen oder aufschauender hund ausatmen nach unten einatmen schnell die zehn auf ausatmen herabschauender hund linke seite einatmen hebt ein linkes knie nach vorne einatmen platzieren ausatmen macht die beine stark einatmen hebt die arme nach oben ausatmen noch mal kaktus wunderschön einatmen arme nach oben ausatmen bringen die hände nach vorne streckt das vordere knie in die weite pyramide pyramide und auch hier vielleicht arbeitest du daran das knie zu strecken oder mit der stehenden richtung knie zu kommen hüfte ist parallel also drehen nicht die eine hüfte weiter nach vorne als die andere und dann atme ein lehn dich wieder nach vorne hebt die arme nach oben ausatmen arme nach unten kommen auf die rechte hand einatmen twist und ausatmen kommen nach oben in die drehung einatmen finde hier diese stärke ausatmen rechte hand nach oben sehr gut einatmen und ausatmen kommen wenn mühlen arme nach unten einatmen linker fuß zum rechten ausatmen lehne ich nach vorne chaturanga dann das einatmen kopf oder aufschauender hund ausatmen komm nach unten einatmen für die zehen auf ausatmen herabschauender hund einatmen schauen nach vorne ausatmen knie gebeugt sprung oder schritt zu den händen einatmen halbe vorbeuge langer rücken ausatmen ganze vorbeuge einatmen arm über die seiten nach oben und ausatmen über die mitte nach unten sehr gut und bleibt jetzt ganz kurz hier vielleicht nimmst du die hände neben den körper finde kurz ruhe im stehenden shavasana und vielleicht spürst du wie dein körper zittert oder die wärme in deinem körper nimm das jetzt ganz kurz war finde wieder deinen atem und dann kannst du jetzt die augen öffnen und mach jetzt einmal eine faul mit deinen händen vielleicht aber die finger auch so ein bisschen auf und zu handgelenke kreisen und dann einmal noch mal alles ausschütteln und dann auch die beine füße hände 10 und dann kommen wir jetzt zum boden mit dem bauch und von hier jetzt erstmal die hände neben den körper stehen noch mal flach zur matte und jetzt kannst du hier so wie ähnlich wie beim anfang übte mal verschiedene körperregionen anzuspannen press dein schambein in die matte press die pohbacken zusammen und dann kannst du vielleicht versuchen hier die fersen eng zusammenzubringen und die beine so ein bisschen abzuheben vom boden versuch hier ein bisschen und gleichzeitig press jetzt die fußrücken in die matte und dann presst die schulterblätter zusammen schau nach vorne und versuche vielleicht oberen rücken so den unteren rücken abzuheben press weiterhin mit dem schambein in die matte hinein spiele mit der rückseite wir sind jetzt hier schön offen und haben auch die muskulatur schon gestärkt schau hier was möglich ist für dich und greife wirklich nach hinten als ob du was greifen wollen würdest in die schulterblätter schön eng zusammen und macht den nacken lang also nicht verkrampfen irgendwie nach oben gucken lange nacken gerade wirbelsäule und dann kannst du versuchen dass beides mal gleichzeitig zu machen vielleicht hebst du mal die beine und versuchst dann die arme zu heben oder andersrum schau hier wie du zurechtkommst wir probieren hier aus vielleicht einmal oberkörper zuerst heben und dann die beine heben je nachdem und dann wenn du dich ausgetobt hast kommen wieder flach zur matte und dann kommen wir in unsere peak pose für heute die bogen haltung dafür kannst du jetzt die ellenbogen wieder nach außen rotieren oder direkt nach vorne schieben hier in einer art sphinx vielleicht ein bisschen bisschen modifiziert so und spann jetzt hier die probacken zusammen und dann kannst du so wie am anfang der stunde bei die beide knie dieses mal presse die probacken zusammen und dann kannst du jetzt hier spann den unteren rücken an und dann greife nacheinander nach deinen deinen fußrücken und kick jetzt beide füße nach hinten hier schau wie weit du hier kommst wenn das für dich gar nicht geht kannst du auch versuchen einfach nur die hände nach hinten zu bringen oder vielleicht nach deiner hose zu greifen oder eben auch dich irgendwo festzuhalten oder vielleicht mit einem seil ansonsten greifen nach den füßen und dann krieg nach hinten spüre die öffnung in der schulter knie sind öffnen sich nicht weiter als hüftbreit und dann presse nach oben atmen nicht vergessen ganz wichtig hier nicht die luft anhalten und dann kommen wieder nach unten flach zum motto sehr gut und das versuche jetzt noch einmal kommen wieder nach oben und dann beugt die knie greifen nach den fußrücken einatmen und ausatmen kick wieder die füße nach hinten atmen vielleicht kannst du ja ein bisschen von vor und zurück dich leicht bewegen wenn es für dich möglich ist lässt den unteren rücken nicht zu beansprucht letztes mal letzte runde atem einatmen ausatmen einatmen und ausatmen kommen wieder zum boden sehr gut sehr schön von hier bringen die hände unter die schultern und dann präste ich einmal noch mal nach oben knie flach knie zusammen und leg dich auf die knie drauf noch mal ein runden rücken nach oben und schwingen die füße über eine seite nach vorne und dann flex einmal die füße kann es gerne die knie ein bisschen beugen und so ähnlich wie bei der vorbeuge wenn man es nach vorne lehnen schau hier dass du wirklich diese kontrolle über dein becken hast also du schiebst hier kannst du vor und zurück schieben du bist hier nicht gefangen in diesem rücken rücken wollte für gerne die knie vielleicht kannst du auch ein kissen unter deine knie bringen flex die zehen und dann einatmen bringen die arme nach oben rücken noch mal ganz lang und dann außer hat man jetzt hier wie bei der vorbeuge dass das becken nach vorne kippen und dann platziert die hände wo auch immer du sie platzieren kannst es kann gerne schienbeine knie knöchel vielleicht fuß außenkanten und dann zum schluss lass den nacken nach unten sinken und dann wenn du hier bist kannst jetzt versuchen ganz langsam die knie auszustrecken ja 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 Und dann schaffst du es, dich bei der nächsten Ausatmung noch ein bisschen tiefer in die Pose hineinzusenken. Und dann bei der nächsten Einatmung heb den Kopf, schau nach vorne und komm langsam nach oben und spür immer ganz kurz und bring jetzt die Hände nach oben und dann atme aus über die Seiten nach vorne, verschließ die Hände, mach einen runden Rücken, vielleicht bringst du deinem Daumen und Zeigefinger nach außen und lass dich jetzt ganz langsam Wirbel für Wirbel auf die Matte zurückrollen. Bis du flach auf der Matte bist, Arme über Kopf und dann bringen sie wieder neben deinen Körper. Sehr gut. Atme ein, ziehe gleich die Knie noch einmal ran. Umgreif die Knie mit den beiden Händen und dann roll dich von rechts nach links, massiere nochmal die Wirbelsäule. Wenn du willst, kannst du jetzt hier auch den Kopf vielleicht mal kurz anheben und in den Knien vergraben. Sollte sich jetzt sehr, sehr gut anfühlen auf deinem inneren Rücken. Und dann fange ich hier, bring die Knie nach unten, erstelle die Füße auf und bring die Füße mattenweise, dass die Knie hier einfallen, in die Mitte. Und komm jetzt nochmal ganz kurz in den Scheibenwischer. Also bring ein Knie nach dem anderen zur Mitte. Hier nochmal für die innere Rotation. Und dann bring die Füße wieder hüftbreit auseinander. Heb jetzt dein rechtes Knie an, sodass das Schienbein parallel zur Matte ist. Und lass dann beide Knie auf die linke Seite fallen. Die Hände bringst du auf den Boden wieder in den Kaktus. Und dann kannst du versuchen, zu deinem rechten Ellenbogen zu schauen. Und vielleicht kommst du jetzt hier wieder zu dem Mantra der Stunde oder zum Beginn der Stunde zurück. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und gebe Liebe an mich und andere. Atme nochmal in deinen Herzraum hier hinein. In einem Twist in der Drehung. Und dann bei deiner nächsten Einatmung heb beide Knie wieder nach oben in die Mitte. Und dann wechsel einmal die Knie, bring deinen rechten Fuß zum Boden, heb den linken an. Linkes Schienbein parallel zum Boden. Und dann kipp auf die rechte Seite mit beiden Knie. Und auch hier kannst du jetzt zum linken Ellenbogen schauen. Und das linke Schulterblatt in die Matte hineinpressen. Und das linke Schulterblatt in die Matte hineinpressen. linke Schulterblatt in die Matte hineinpressen. Und dann weiß ich meine bitte Lise. Ich habe es Quachko desní allen- und dre talks, Und dann ans Ende Mitte geht. Und dann wirdorte ihre Motivation ab, die da war les geht. Und dann kommt dasicted auf Intelligence-Tranbourne ab. Und dann oder bis zu die runterkommen. Und da geht det dort까지. Und 이러 ist das Nilce, Und da waren es bei den Knschaften oder gestern. Hier bekommenyss. Und du wartig mit dem happens? und dann atme ein wieder bei der knie nach oben und dann bringt noch mal beide knie jetzt zusammen und atme ein und atme aus noch mal den kopf verbirgt den kopf in den knien wir halten hier ganz kurz hat man nicht vergessen und dann lass los wende die beine nach vorne streckt die beine vor dich aus und wir kommen in unsere letzte pose du kannst du gerne hier jetzt was anziehen oder die eine decke nehmen und dich zudecken solltest du wirklich sehr sehr wohlfühlen und gemütlich gemütlich fühlen alles hast was du brauchst dann kannst du jetzt auf den rücken kommen lass die fuß was die füße auf kippen circa matten weit geöffnet und dann bringen die hände neben den körper handflächen nach oben und vielleicht schiebst jetzt noch mal die schulterblätter zueinander so dass du hier noch ein bisschen offener bist im herzraum dass sie dir eine ganze energie noch mal fließen kann auch durch den herzraum nachdem wir heute unsere schöne anahata chakra stunde hatten schieb vielleicht auch noch mal das becken ein bisschen nach vorne finde einfach eine position in der du dich nicht mehr bewegen muss für die nächsten minuten oder bewegen möchtest ach jetzt hier noch mal letzte letzte verbesserungen dann als du nicht schon die augen geschlossen hast schließt jetzt deine augen und dann lass los kommen schabasana an jetzt musst du auf nichts mehr achten dich um nichts mehr sorgen du darfst hier hohe und an und entspannung finden dann können wir können wir diese entspannung auch was ist zu entspannen jetzt deine zehn deine füße entspannen die waden die knie entspannen deine oberschenkel entspannen die hüften was hier auch los entspannen den unteren rücken entspannen den bau entspannen den oberen rücken deine schultern was jetzt auch los in den schultern was sie einfach hängen zum boden entspannen die brust entspannen deine arme und deine hände entspannen den kiefer voneinander entspannen die zunge einfach in den rachen fallen löst den knoten zwischen deinen augenbrauen und lass deine ganze gesichtsmuskulatur einfach entspannt sein entspannen die augen und lass die in die augen höhlen zurückfallen und komm jetzt voll und ganz in die deine entspannung an entspannen die entspannen die entspannen die Vielen Dank. 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 Amen. 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 Shanty. Und dann, Und dann, Und dann,